so leute es ist wieder so weit wir sind wieder zurück im battlefield 1 ich bin leider auf einem server der nicht ganz so gutes mittelmäßiger latenz ich habe 113 es ist ein bisschen schade aber es gibt irgendwie keine server mehr zumindest bei rush gibt es sehr sehr wenige und die die es gibt die haben einfach eine schlechte verbindung das ist echt traurig man tut sich echt schwer und ich ganz gut gerät eigentlich man tut sich echt schwer da guten server zu finden entschuldigung dafür nee wir sind jetzt mit der faqra hill unterwegs das ist die rückrunde wüste sinai rush vom letzten part und ich bin gespannt letzter part ich glaube 25 7 war ganz okay war nice so gucken wir mal es geht auch gleich wieder sturmlos das ist weniger schön das wird sicherlich auch wüste sinai hardcore gesnipet sicherlich eine der camper maps eine der maps wo viel gesnipet wird ich natürlich auch favorisiere snipen hier aber auf der verteidigerseite hier am anfang würde ich vielleicht doch etwas anderes nehmen da wird schon gesnipet ich wollte gerade schon sagen ist das schon ein gegner dran okay die da oben sollten eventuell weg sein ich bin mir auch mal ging Jo. Jo. Ah, perfekt getroffen, würde ich sagen. Das ist mein Tod, das ist mein Tod. Das ist mein Tod, oder? Holt er sich? Er ist wieder gestorben, ich habe einen Haar im Mund. Ah, scheiße. Was ist denn da jetzt? Chillt der jetzt da rum, oder was? Ich glaube, der chillt jetzt echter. Ach, guck, ein Pferd, schade. Das war auch sehr schön, so. Uh, das war knapp. Der Panzer kommt. Ah, das ist unser Panzer, sehr schön. Hol mal schnell Artillerie, nur für den Fall. Oh, da steht einer! Da steht... Oh, da steht ein Wachsoldat. Oh, ist das kacke. Ist das kacke. Und der holt sich den Punkt auch nicht, oder? Also das ist ja noch blöder. Der holt sich den Punkt auch nicht. Oh, das muss... Es kann wieder nur mir passieren sowas. Es kann wieder nur mir passieren sowas. Dass da genau in der Ecke, wo ich wieder hin will, ein Wachsoldat steht. Es ist, es ist, es ist klar. Es kann, es kann wieder nicht anders sein. Okay, den Punkt haben wir leider verloren. Digga, ich bin richtig schlecht. Ich bin richtig schlecht, man. Ich habe schon eine Weile lang nicht mehr gezockt, habe ich euch erzählt. Und ich muss echt jetzt erstmal wieder... Ich muss jetzt erstmal wieder ein bisschen reinkommen. Digga, hör auf zu snipen, wenn du es nicht kannst. Ja, kommen sie jetzt hier. Jetzt kommen sie alle bei A. Sehr schön, Digga, hier Assignung. Holate, Vivo. Mission wäre echt episch. Oh, Sniper, Sniper, Sniper. Der ist tot. Jetzt ist echt langsam mit der Munition knapp. Ich bau dringend Munition, Mann. Ich bau dringend Munition. Ich habe nur noch 10 Schuss, eh. Das ist richtig kacke. Damit geht es jetzt gleich wieder zu Ende. Warte, Digga. Und tot. Gut. Ja. Ach, Mann. Das war wieder klar, ne? 7-1. Hä, warum habe ich eigentlich einen Tod? Ich bin doch jetzt das erste Mal gestorben, oder? Ach, nee, der Wachsalat. Stimmt, der Wachsalat hat mich geholt. Ja, stimmt. Komm schon, komm schon, komm schon. Digga, wie asozial bist du schon wieder, ey. Oh, Mann, ey. Wo bin ich der Schuss, der Schuss, der Schuss, der Schuss, der Schuss, der Schuss? Ach, Mann, ey. Ey, wie kann er mich da sehen, wenn ich mich hinlege, Leute? Bitte erklärt's mir. Ich lag doch jetzt hinterm Berg. Ich habe mich doch gerade hingelegt und... Naja, das kann nie Latenz sein. 113er Latenz. Was willst du da machen, ey? Kannst auch nichts machen, das ist... Ach, Mann. Panzer haben sie jetzt auch. Das heißt, wir sind am Arsch. Ah, der guckt schon mal wieder, ne? Ah, Digga, ja. Ich glaube, der Panzer ist down, oder? Oh, der weiß. Oh, der weiß. Das ist... Ja, das ist... Ja, wir haben mit dem... Mein Tod, mein Tod, mein Tod! Ja. Ja, ich treff' den nicht, ich bin zu schlecht. Hehe. Ich treff' ihn einfach nicht. Ich treff' ihn nicht. I am so bad. So, jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt kommen sicherlich auch viele vom Berg hoch. Und Panzer haben sie natürlich auch. Und ein scheiß Pferd haben sie auch. Wollen wir mal schnell. Ich höre doch schon einen, die neben uns, oder? Ja, normalerweise dürfte man die Artillerie erst nach ein, zwei Minuten holen, wenn die alle zu ihren Punkten gelaufen sind. Also hier hoch auf den Berg. Weil jetzt holst du die Artillerie und alle sind am Laufen. Und dann wird das natürlich nichts. Beziehungsweise nicht so gut. Okay, der hat mich gesehen. Dürfte aber auch nicht mehr so viel haben. Komm schon, wenn die einen Panzer haben, ist er vielleicht down jetzt. Ah ne, die haben Bach-Soldaten. Das ist schlecht. Und ich treffe nicht mal was damit. Wie traurig ist das, ey? Wie traurig ist das? Ah, das war's. Oh nice, wir haben den. Sehr schön. Komm schon, hol Atle. Wie los? Jetzt geht's wieder, komm. Munition, Digger. Ist doch Munition da, wenn du eh schon da bist, ey. Ich glaube, da sind viele bei A. Sehr viele bei A. Komm schon, komm schon, komm schon. Und dann laufen wir mal zu A rüber. Wir brauchen eigentlich Munition, ey. Der Typ, was hier gelassen, hätten wir jetzt diese Knappheit nicht. Aber er lässt natürlich nichts da, also ist geil. Sehr schön. Ey, haben die das verändert? Die Zeit? Wo Munition und so da liegt? Ey, das gibt's ja gar nicht. Wie viel Leben hatten wir noch? Ah, der hat so viel. Geht mal Munition. Oh nein, hinter uns sind da unten. Komm schon, komm schon, komm schon. Schnell zu B, Leute. Rent nicht so weit weg. Dann haben wir sehr schön. Oh oh. Kann ich euch sagen, woran es liegt? Weil unsere Leute da hinten chillen und nicht kommen. Ach ja, Artillerie-Wang. Naja, der hat auch wieder eine Camper-Position, der Artillerie-Wang, ey. Er weiß auch wieder genau, wie man dieses Spiel spielt. Er hat's wieder raus. Er hat's wieder echt einfach nur raus. Ey, es wird nicht nur mit Infanterie gecampt, es wird auch mit Fahrzeug gecampt. Das ist so ein abwärmlicher Spielstil, den die Leute da haben, ey. Und der wird auch nicht weggeholt, der Wagen, ne? Ich meine, ich zocke jetzt nicht so gerne Sturmsorrat, gebe ich ehrlich zu. Auf Versorgern nicht ganz so häufig. Aber der wird einfach nicht weggeholt. Ich hole jetzt einfach mal, vielleicht haben wir Glück. Oh, Geheimerton. Und vielleicht zum nächsten auch noch mit. Mein Tod wahrscheinlich hier vorne zu liegen. Er kommt schon, er kommt schon, er kommt schon, er kommt schon, er kommt schon. Ah ja, das war's. Das war's. Komm, Digga, vielleicht haben wir Glück. Schieß bitte nicht her, schieß bitte nicht her. Er ist raus, sehr schön. Ey, sehr nice. Er hat das Ding geregelt, Alter. Er hat das total geregelt, den Panzer. Vielleicht Artillerribo, wie geil ist das denn? Oh, nee. Nein. Ist jetzt schlecht. Ist jetzt schlecht. Ja. Kannst du das down, sehr schön. Komm schon, 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 komm schon. Leute, ich hole euch gleich. Kleinen Moment. Bleibt kurz chillen. Komm gleich. Er drückt durch, pünktlich. Sehr schönes Ding. Die sind oben auf dem Berg drauf. Wenn wir auf dem Berg sind sie drauf, da holen wir mal schnell auch von hinten. Snaps auch, glaube ich. Doch nicht. Komm schon, komm schon, komm schon, hier kriegst du Heilung. Oh, da kommt wieder ein Fahrzeug. Scheiße. Er lässt sich wieder von mir holen. Ach, shit. Artillerie hat natürlich wieder gesessen. 23, 5. Artillerie sitzt. Na, jetzt haben sie den Punkt wieder, ey. Der Panzer ist halt auch kacke, ey. Ich glaube, ich muss jetzt trotzdem schnell nochmal Sniper holen und die da oben auf dem Berg wegholen. Ist natürlich ideal, wo ich hier spawne. Ich möchte zur anderen Seite hin und spawne hier. Wenn ich hier hin geholt hätte, wäre ich auf der anderen Seite gespawnt. Mit dem Nebel macht es nicht einfacher. Alter, Digga, ich habe gerade gedacht, da kommt einer. Ach, scheiße. Kacke. Okay, wir können zurück. Das wird wieder nichts. Schade. Aber es ist eigentlich trotzdem ausgeglichen. Es ist ja das gleiche Team wie in der letzten Runde. In der letzten Runde hat sie wieder durchgewasht. Jetzt waschen sie wieder durch. Vielleicht ein Anzeichen dafür, dass Angriff... ...zu leicht ist. Ach nee, Flammen ist jetzt, glaube ich, nicht so cool. Ich weiß nicht. Okay, sie kommen. Warum die in Flammen? Sehr schön. Erstmal reingelatscht, ja. Oh nein. Ach ja. Ich bin doch weggerannt, Mann. Vielleicht holt mich jemand. Mal gucken. Die blöden Pferde, ey. Komm schon, komm schon, komm schon. nicht getroffen sehr nice du dreckst fährt man das dreck das scheiß fährt ach die haben schon beide punkte nice das geht ja flink jetzt hier haben wir aber wirklich gar keine chance mehr ja so offensichtlich wird glaube ich keiner durchlaufen so offensichtlich wird glaube ich keiner durchlaufen ich glaube ich weiß es nicht die war schlecht geworfen da ist ein haus drin aber ich kann nicht treffen oh oh diga die man nicht mehr den punkt und den hier wahrscheinlich auch nicht mehr aber die haben auch ein flammmann jetzt haben wir verkackt wo das ist unser flammmann ich glaube das unser und fährt schon wieder ah scheiße ich wollte gerade bionettangriff machen kacke aber wir sind mit weitem erster 3000 punkte abstand ey ist natürlich nice komm schon wir nehmen ja eine andere waffe jetzt es ist zu dicht ist zu dicht jetzt müssen wir aber gucken das nehme ich doch lieber vielleicht nehmen wir mal die graben variante von der aftoma die wie sie hatten wir in der letzten runde schon ok fielen sie durch damage er stirbt nicht mal verdammt aufpassen das scheiß pferd stirbt aber auch nicht das scheiß pferd geht auch nicht drauf fuck ey er heilt sich und tot oh digger bleibt doch liegen man die haben sich natürlich jetzt schon die geilsten punkte wieder geholt ey komm schon bro hm 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 mal von hinten kommen auf die häuser vielleicht rauf mal versuchen wer ist da oben auf dem haus drauf ist da oben auf dem haus mit drauf oder war drauf da sind noch so viele drauf das ist eigentlich voll assi was ich hier mache voll asozial was ich hier mache ey das ist irgendwie geil das ist irgendwie geil ok sie snipern da hätten wir uns einer auf dem haus drauf komm mal auf sehr schön ey schaffen sie nicht mehr einer los kommt so komm nochmal artillerie ein paar killzonen hier dann läuft's oh da sind ganz viele ganz viele das ist mein tod wo ich hier liege ach scheiße ich hab gedacht an der ecke sitzt einer man aber da sitzt natürlich keiner 11 punkte noch 40 9 40 10 jetzt scheiße ah die haben den punkt toll oh nein warum ist der ah scheiße ach man er kommt natürlich raus und tötet mich man das ist so traurig das ist so traurig ey nochmal zum schluss nochmal so einen peinlichen tod nochmal reingekriegt naja naja gut leute ich bedanke mich fürs zuschauen mir hat's auf jeden fall bock gemacht ich hoffe euch hat's auch gefallen falls ja lasst doch bitte einen daumen nach oben da das würde mich natürlich sehr freuen 41 11 ist glaube ich ein ganz guter wert für wasch würde ich sagen alleine ohne support nicht verkehrt wenn noch ein medic dabei gewesen wäre der mich supportet hätte dann vielleicht 40 5 oder so das wäre schon eine saubere leistung würde ich mal sagen leute ich bedanke mich fürs zuschauen ich hoffe euch hat das video gefallen wie gesagt lasst einen daumen nach oben wenn es euch gefallen hat und dann sehen wir uns demnächst wieder zu einer neuen Folge von battlefield 1 wahrscheinlich auf rush guckt auch gerne mal im live stream mit rein leute macht's gut danke tschau da ha ha ja Bis zum nächsten Mal.